Oh nee! Wo? Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! Ja! Ja, ich weiß nicht, vielen Dank! Wir schreiben den 20. Spiel. Tor für unsere Mannschaft. Tor für Schalke! 0-4! Und warum? Weil er nachgesetzt hat und angeglaubt hat. Tor-Schütze mit der 2. Thomas! Uwe Jahn! Uwe Jahn! Schalke! Uwe Jahn! Schalke! Uwe Jahn! Grießen! Uwe Jahn! Uwe Jahn! Uwe Jahn!